Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest Folge 165 und ihr werdet es gleich merken, heute ist alles anders am Bergfest-Stammtisch. Ich sitze nämlich ganz alleine am selben. Wir haben es zum zweiten Mal in Folge nicht geschafft, uns gemeinsam an den Stammtisch zu setzen. Nichtsdestotrotz wollen wir euch mit den Geschehnissen des Wochenendes und alles, was drumherum so passiert ist, nicht alleine lassen. Deswegen haben wir uns eine etwas andere Folge überlegt. Anja und Flo werden auch gleich noch zu Wort kommen. Ich übernehme den moderierenden Part und so bekommt ihr zumindest ein paar Minuten Bergfest in dieser Woche, auch wenn es nicht viel sind. Ja, 60 1 zu 1 in Aachen am Wochenende. Gewonnen kann man fast sagen nach dem Spielverlauf, denn da lief ja über weite Strecken des Spiels nicht allzu viel zusammen. Aachen mit einer extremen Wucht am ausverkauften Tivoli, die Löwen mit knapp 4000 Fans angereist. Auch das ist absolut bemerkenswert und bewundernswert, wie viele da den Weg auf sich genommen haben, bis fast an die holländische Grenze. Es gab ja auch bei der Anreise einige Probleme, Zugausfälle, Schienenersatzverkehr und alles, was so dazugehört in Deutschland, wenn man mit der Bahn fährt. Ja, entsprechend ein verdienter Lohn, den die Fans dann noch bekommen haben durch das späte Ausgleichstor von Patrick Hopsch. Aber davor, ja, da ging, wie gesagt, nicht allzu viel zusammen. Alemannia Aachen mit extremer Wucht war zu erwarten mit dem zwölften Mann im Rhythm und 60, ja, gerade in der ersten Halbzeit fast überfordert über weite Strecken mit diesem Offensivdrang, den Aachen entwickelt hat. Da ist vor allem Bakat herausgestochen, der offensive Mittelfeldspieler von Aachen, auch Schepanik, die beiden, eigentlich die beiden im offensiven Mittelfeld, die ja da die Fäden gezogen haben und die Verteidigung von 60 immer wieder vor Probleme gestellt haben. Und man muss schon auch sagen, Janikis hat ja nur auf einer Position umgestellt, nämlich im Sturm, hat Maximilian Wolfram in die Spitze beordert und stattdessen Patrick Hopsch rausgenommen. Wolfram war dann nicht durchgehend die Sturmspitze, es war alles ein bisschen flexibel, auch mal gut da nach vorne kriegt Kusuki, auch offensiv sehr oft eingebunden. Aber man muss sagen, dieser Kniff hat nicht funktioniert. Ich glaube, den Hintergrund zu kennen, wieso er ihn getätigt hat, einfach um Tempo reinzubringen gegen sehr hoch stehende Aachener, gegen sehr hoch anlaufende Aachener, um einfach Kontosituationen zu kreieren und danach gut ausspielen zu können. Da hat Wolfram im Vergleich zu Hopsch natürlich Geschwindigkeitsvorteile, allerdings hätte es dazu Konter gebracht. Die gab es nicht, stattdessen Aachen in der ersten Halbzeit mit einem Spieler auf ein Tor und 60 hatte viel Glück. Viel Glück, dass es nicht höher als 0 zu 1 gestanden hat, nach einem schmeichelhaften Elfmeter. Ich bleibe dabei, es ist kein Elfmeter, das Fall von Kusuki, der insgesamt sehr unglücklicher Agierer hat aus meiner Sicht, war außerhalb des Strafraums. Entsprechend hätte es Freistoß geben müssen, aber nichtsdestotrotz war es die verdiente Führung und sie wäre wahrscheinlich auch auf anderem Wege gefallen, wenn nicht per Strafstoß. Kusuki, wie gesagt, ein unglücklicher Auftritt, allerdings muss man in echt den Schutz nehmen. Der hat viele, viele gute Spiele gemacht jetzt für 60. Da darf auch mal ein Ausreißer dabei sein. Problematisch wird es dann, wenn es der Rest der Mannschaft nicht auffängt. Und da war einfach gerade im Offensivspiel, da ist überhaupt nichts zusammengelaufen. Man hat sich unter diesem Druck, den die Aachener ausgeübt haben auf den ballführenden Spieler, einfach nicht befreien können, hat keine spielerischen Mittel gefunden. Und das ist natürlich in Verbindung mit dem, was da gegen Haching passiert ist, im Totopokal, da gehen wir jetzt gar nicht mehr groß drauf ein. Da legen wir den Mantel des Schweigens drüber, kurz nach St. Martin, nicht den geteilten, sondern den ganzen Mantel, weil das war Arbeitsverweigerung. Und ja, leider hat sich das Bild so ein bisschen fortgesetzt in Aachen nach den klaren und verdienten 3-0-Siegen zuvor. Bisschen Rückfall in alte Zeiten und das große Rätsel 60 geht weiter. Man isst nicht Fisch, nicht Fleisch, man kann irgendwie die Form nicht konstant aufrechterhalten über einige Wochen. Allerdings finde ich, dass die zweite Halbzeit zumindest in Ansätzen besser war. Man hat sich gesträubt gegen die Niederlage und man hat keine Chancen kreiert, aber zumindest hat man gezeigt, dass man sich hier nicht ergeben will. Man hat Glück, dass ein gewisser Kevin Goden im 1-1 gegen 1 gegen Hiller vergibt und dass auch ansonsten Aachen die Chancen einfach nicht gut zu Ende spielt. Und dann passiert das, was eigentlich immer gegen 60 passiert. Man ist es eigentlich gewohnt, man führt und irgendwann, naja, man weiß es, es wird immer später und immer später und immer weniger auf der Uhr. Und dann steht es plötzlich 1-1, weil du die Tore vorne nicht machst. Aber 60 hat den Spieß diesmal umgedreht und mit dem ersten Schuss aufs Tor, Patrick Hopsch mit dem 1-1 vor der Gästekurve, natürlich eine Emotionsexplosion. Und so fährt man mit einem gefühlten Sieg nach Hause, ist zum dritten Mal in Folge ungeschlagen in der Liga. Und jetzt kann man eben darüber streiten, wo geht die Reise hin in einer Liga, die ja völlig verrückt ist, wenn man sich auch wieder die Ergebnisse des Wochenendes anschaut. Und genau das hat Anja getan. Die hat sich mal so ein bisschen mit der Lage der Liga an sich beschäftigt und ist, wie ich, zu dem Schluss gekommen, dass da einiges Verrücktes passiert. Hallihallo! Heute mal ein ganz anderes Bergfest, alle drei getrennt, weil terminlich echt, echt schwierig vor Weihnachten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir uns drei nächste Woche wieder am Stammtisch live, zumindest am Laptop, gegenüber sitzen. Und ich habe mir mal allgemein die Liga angeschaut. Weil diese dritte Liga, für mich ist die irgendwie vogelwild. Also da schlägt jeder jeden, was in der Tabelle quasi auf dem Papier logisch klingt, wer der Favorit sein müsste, der strauchelt. Ziemlich oft, also Cottbus gegen Köln, 1-0, könnte schon deutlicher ausfallen, wenn man sich so eine Tabelle anschaut, von Rang 1 zu Rang 11. Aber da gibt es ja noch mehr. Essen 1-1 gegen Sandhausen. Wer hätte das gedacht, oder? Dass Essen einen Punkt gegen Sandhausen holt, war jetzt für mich im Vorfeld auch nicht klar. Aber wie so oft zeigt uns diese Liga, hier ist gar nichts klar. Und wenn man sich das mal anschaut, wir auf Rang 10, 21 Zähler, 5 nach oben, dann bist du am Relegationsplatz, 6, dann bist du ein direkter Aufsteiger. Und nach unten schaut es aber halt auch nicht besser aus. 16 Zähler hat die Zweitvertretung von Stuttgart, wir 21, macht wieder in der Summe 5 Zähler Abstand. Wir sind goldig in der Mitte, aber hier ist niemand sicher. Also wenn man da nicht von Spieltag zu Spieltag seine Punkte einheimst, da kann man am Ende ganz schön alt ausschauen. Weil, also auch Haching ringt Wiesbaden ein 1-1 ab, alles Mögliche. Also egal, wer da auf dem Feld steht und egal, gegen wen man spielt, man kann sich hier auf gar nichts verlassen. Die Tagesform ist entscheidend und man muss irgendwie immer 120 Prozent geben. Da reicht es nicht nur, seine Bestform von 100 Prozent an den Tag zu legen anscheinend. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es so vogelwild bleibt, dann ist man bis zum Ende nicht sicher. Aber ich wünsche mir schon im Vorfeld ein paar Geschenke für die Löwen. Ein paar Geschenke könnte es noch geben für die Löwen vor Weihnachten. Es ist ja nicht mehr lange hin, aber was Anja anspricht, die Tagesform ist entscheidend. Das stimmt tatsächlich in vielen Spielen. In dem Fall, 60 in Aachen war die Tagesform nicht entscheidend. Wenn die Tagesform entscheidend gewesen wäre, hätte Aachen dieses Spiel wahrscheinlich 13-0 gewonnen und keiner hätte sich beschweren dürfen. So holt 60 mit Ach und Krach den Punkt auf dem Tivoli. Und wie Anja anspricht, steht in der goldenen Mitte dieser Drittliga-Tabelle, die so eng ist, wie sie nur sein kann. Cottbus, 27 Punkte, Platz 1. Und dann schauen wir mal fast ans andere Ende der Tabelle. Rot-Weiß-Essen, 16 Punkte, Platz 16. Heißt, zwischen 16 und dem ersten nur 11 Punkte, zwischen dem 14 und dem ersten sogar nur 9 Punkte. Also nach 15 Spieltagen eine absolut kuriose Tabellensituation. Und für 60 ist das gerade eine schwierige Situation, weil man gar nicht weiß, wohin man sich orientieren soll. Nach den zwei Spielen gegen die 13-0-Siege, da hatte man gute Gründe, nach oben zu schauen. Und gute Gründe auch davon auszugehen, dass es eher nach oben gehen wird. Jetzt würde ich dahinter wieder ein Fragezeichen machen, wenn man auch das Pokalspiel mit einbezieht. Festhalten kann man nach diesem Wochenende auf jeden Fall. Großer Sieger des Spieltags ist der FC Ingolstadt, der mit einem Sieg gegen, jetzt muss ich kurz nachschauen, gegen den VfL Osnabrück, den Tabellenletzten 4-2 gewonnen, bis auf Platz 6 nach vorne springt. Und diese ganzen Remis, die es gehagelt hat am Wochenende, 5 der 6 Spiele am Samstag, Remis ausgegangen, die machen da den großen Sprung, die Schanzer, und alle anderen treten auf der Stelle. Und da ist 60 zum Glück mittendrin. Und die nächsten Wochen werden dann zeigen, wo die Reise hingeht. Denn es gab auch schon Beispiele, ich erinnere mich an die Würzburger Kickers vor ein paar Jahren, die, soweit ich weiß, zur Ritterpause 14. waren oder so und am Ende als Meister aufgestiegen sind. Oder zumindest als Zweiter, auf jeden Fall sind sie direkt aufgestiegen. Gleichzeitig gibt es Fälle, wo Mannschaften komplett abgestürzt sind nach der Hinrunde. Also, ja, die Himmel und Hölle liegen sehr nah beieinander in der 3. Liga. Himmel und Hölle ist vielleicht ein gutes Stichwort, das führt uns zum Einwurf von Flo. Himmel und himmlisch war die Leistung von Marco Hiller am Tibuli. Das kann man ganz klar so sagen. Der hat mit zwei starken Paraden im 1 gegen 1, eine davon sensationell, die Löwen vor Schlimmeren bewahrt und war auf jeden Fall aus meiner Sicht zumindest der beste Löwe auf dem Platz. Lukas Reich auch eine positive Erwähnung wert, auf jeden Fall. Aber Marco Hiller zwischen den Pfosten, der Fels in der Brandung, den 60 braucht er in diesem Spiel. Führt uns zu einem Punkt, der jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Aber auch Flo war es wichtig, darüber nochmal zu sprechen, nämlich über die Vorfälle am Rande des Totopokalspiels gegen Haching, das ansonsten ja wirklich zum Vergessen war. Aber über diesen Fakt oder über diese Vorkommnisse wollte Flo dann doch nochmal ein paar Worte verlieren. Mittendrin statt nur dabei, das gilt für 60 München in der 3. Liga. Man ist wirklich genau in der Mitte. Nach oben hat man einen relativ gleichen Abstand. Nach unten hat man einen relativ gleichen Abstand in dieser Liga voller Schnecken gefühlt. Es geht irgendwie nicht so wirklich nach oben. Es geht aber Gott sei Dank auch nicht nach unten. Das ist nach diesem 1 zu 1 bei Alemannia Aachen und den vielen, vielen Unentschieden am vergangenen Wochenende in dieser Liga, glaube ich, das passende Fazit. Mittendrin statt nur dabei gilt heute irgendwie auch für uns hier am Bergfeststammtisch. Wir sitzen nicht gemeinsam hier, sondern irgendwie verstreut. Und jeder hat so ein bisschen seinen Blickwinkel auf das, was sich getan hat. Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen, beziehungsweise aus der Situation einfach auch das Beste rausholen. Und Grüße hier an Anja und Alex. Ich möchte mich tatsächlich allerdings um ein Thema bemühen, das jetzt schon eineinhalb Wochen zurückliegt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das Torhüterthema zu einer Torhüterdiskussion bei 60 geworden ist in dieser Saison. So weit, so gut. Man kann eine Meinung A haben, man kann eine Meinung B haben. Manche können auch eine Meinung C haben. Was sich da allerdings gegen die Spielvereinigung Unterhaching abgespielt hat, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Es kann in meinen Augen nicht sein, dass ein eigener Spieler zum Sündenbock abgestempelt wird und niedergemacht wird. Man kann die Entscheidung, René Voller zu holen, kritisieren. Vollkommen korrekt. Man kann da geteilt haben und unterschiedlicher Meinung sein. Man kann Marco Hiller präferieren. Auch geschenkt. Jeder hat seine Sympathien. Jeder hat seine Argumente. Alles in Ordnung. Aber eigentlich, und das ist eigentlich das, was in meinen Augen 60 München immer ausgezeichnet hat, ist die Kameradschaft. Die wird ja auch besungen im wohlbekannten 60er-Marsch. Die Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Und die war nicht da. Es kann nicht sein, dass nach einem wirklich, und das muss man auch so klar sagen, kapitalen Bock von René Vollert, dass der von den eigenen Fans hämisch beklatscht wird, wenn er einen Ball fängt. Es kann nicht sein, dass sein Kontrahent lautstark gefordert wird. Es kann nicht sein, dass es Pfiffe gibt. Das ist nicht das, für das 60 München steht. Und ich bin ganz, ganz positiv gestimmt, wie der Verein reagiert hat. Das Statement fand ich richtig gut. Ich fand auch gut, dass die Mannschaft nach dem klar desolaten Auftritt und auch peinlichen Auftritt gegen Haching ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, nee, wir gehen jetzt nicht auf die Runde. Ich sage jetzt absichtlich nicht eher eine Runde, weil das wäre für dieses Spiel einfach auch nicht drin gewesen. Aber dass die Mannschaft proaktiv sagt, nein, wir drehen die Runde nicht, bedanken uns nicht dafür, sondern setzen ein Zeichen und stellen uns hinter unseren Mitspielern und hinter unseren Kameraden. Und da muss sich der ein oder andere, der da im Stadion war und sich so verhalten hat, der muss sich ordentlich hinterfragen. Dem spreche ich tatsächlich auch das Löwendasein ab. Nochmal, man kann eine Meinung haben, man kann sagen, ich hätte gerne lieber Hiller als Vollard im Tor. Überhaupt kein Thema. Aber da steht ein Mann im Tor, trägt das Löwentrikot und reißt sich den Arsch auf. Und wenn der einen Fehler macht, dann ist es meiner Meinung nach eine klare Sache, den aufzubauen. Der trägt den Löwen. Der ist Teil des TSV 1860 München und nichts anderes. Das war von dem einen oder anderen beschämend. Und ich glaube auch, wenn die aktive Fanszene dort gewesen wäre, aktiv aufgetreten wäre, als kollektiv aufgetreten wäre, wäre das, glaube ich, etwas anders gewesen. Meine Prognose, ich fände es übrigens auch schade, dass die aktive Fanszene nicht dabei war. Kann man vielleicht auch darüber diskutieren. Ist ihre Entscheidung, muss man respektieren. Aber ich glaube, dann hätte es sowas nicht gegeben, weil da ein deutlich größeres Feingefühl für meinen Geschmack da ist, als bei dem einen oder anderen, der da am Samstag vor einer Woche diese Misstöne von sich gegeben hat. Und das, was aus der Hachenkurve gekommen ist, das gehört ehrlicherweise zum Sport dazu. Dass da Schadenfreude herrscht, dass bei der Art und Weise des Abgangs aus Haching da durchaus auch Unmut dabei ist und dass man das dann hämisch beklatscht und voller, du bist der beste Mann singt, das muss man aushalten. Aber ich erwarte, und damit möchte ich das Thema auch beenden, aus den eigenen Reihen Rückhalt für die eigene Mannschaft und für die eigenen Akteure. So, das zu diesem Thema. Ansonsten bleibe ich dabei. 60, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das gilt allerdings für die gesamte Liga. Und wenn wir positiv aus dem Ganzen rausgehen wollen, dann kann man sagen, in diesem Schneckenrennen ist alles drin. Nach oben, nach unten oder mittendrin. In diesem Sinne, schönen Stammtisch euch. Alles drin für 60, alles drin in Flohs Nachricht. Ja, ich glaube, das Thema René Vollard und Toto Pokal gegen Unterhaching können wir abhaken. Ich finde aber grundsätzlich schon bemerkenswert, wie sich René Vollard, oder wie wenig René Vollard sich das anmerken lässt, was da um ihn herum passiert ist. Er war jetzt auch in Aachen, finde ich, sehr involviert emotional. Es war auch in den Spielen davor schon zu sehen, dass er immer wieder mitgeht an der Seitenlinie, sich beschwert, mitjubelt. Auch mit in die Kurve gegangen ist in Aachen, finde ich auch nicht selbstverständlich, nach dem, was da die Woche davor passiert ist. Also menschlich lässt er sich da überhaupt nichts anmerken und das muss man ihm tatsächlich hoch anrechnen. Und wenn man dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen will, auch wenn das schwierig ist, weil jeder, der da mitgemacht hat, ist, wie Floh schon sagt, also da muss man echt mindestens mal am Verstand zweifeln. Aber wenn man eine positive Sache rausziehen will, dann, dass es eine Mannschaft natürlich zusammenschweißen kann, so was. Dass man erst recht so eine Wagenburg-Mentalität entwickelt, wenn da einer von uns sozusagen so angegangen wird. Und ja, das kann am Ende einen Teamgeist heraufbeschwören oder noch verstärken, der wahrscheinlich aber ohnehin schon da ist. Deswegen, das ist so, ich versuche immer etwas Positives zu sehen. In dem Fall ist es das, auch wenn die Vollkommnisse absolut indiskutabel werden. Apropos, ja, harscher Ton und raue Sitten. Nächstes Heimspiel der Löwen. Wir blicken kurz noch voraus, bevor wir auch dann schon enden in dieser etwas unkonventionellen Bergfest-Folge. Samstag, 14 Uhr, Grünwalder Stadion, zu Hause gegen Hansa Rostock. Da wird es auf jeden Fall stimmungsvoll werden. Davon kann man ausgehen. Die Beschimpfungsdichte und die Schimpfwortdichte wird etwas höher sein als bei anderen Gegnern wahrscheinlich. Rostock bekannt dafür, kein Kind von Traurigkeit zu sein, was seine Fans angeht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Samstag, 30. November, 14 Uhr auf Giesingshöhen. 14.03 Uhr, glaube ich sogar. Es ist wieder ein Live-Spiel, aber prüft das am besten nochmal nach. Wird ein heißer Tanz auf jeden Fall. Rostock ja auch nicht. Das heißt auch, Rostock gehört mittlerweile auch zu diesen 15 Mannschaften eigentlich, die, jetzt kann man es sich aussuchen, um den Aufstieg mitspielen oder gegen den Abstieg spielen. In dieser Tabelle ist der Übergang fließend. Hat sich gefangen in den letzten Wochen. Steht mittlerweile bei 19 Punkten. Aus 15 Spielen, 2 Punkte hinter 60, Platz 13. Also auch da kein Favorit auszumachen, wie in so wenigen Spielen in dieser Liga. Und wenn wir auf das Jahresrestprogramm noch schauen, es sind noch 12 Punkte zu vergeben bis Weihnachten. Und da wird sich einiges entscheiden. Vielleicht so gar nicht mal so, was den Punkteabstand nach vorne und nach hinten angeht, aber natürlich in der Tabellensituation. Wenn du als Sechster überwinterst, ist es natürlich schöner, als Vierzehnter zu überwintern. Auch wenn da zwischen vielleicht nur 3 bis 4 Punkte liegen. Aber es ist psychologisch natürlich schon einfacher, in eine, ja, dann vierwöchige Winterpause zu gehen, wenn du weißt, du stehst in der oberen Tabellenhälfte. Also es ist schon wichtig, da jetzt noch zu punkten. Unabhängig vom Tabellenstand natürlich. Zu Hause gegen Rostock, wie gesagt. Dann geht es weiter am Sonntag, 8. Dezember, 13.30 Uhr in Essen. Da werde ich hoffentlich, soweit mir nichts dazwischenkommt, vor Ort sein. Freue ich mich schon drauf. Auch das ein mit Sicherheit stimmungsvolles Spiel an der Hafenstraße. Und dann die beiden Spiele zum Jahresabschluss, 14. Dezember, Samstag, 16.30 Uhr. Das späte Spiel zu Hause gegen Verl. Und 21. Dezember, sprich kurz vor Weihnachten, 14 Uhr im Erzgebirge in Aue. Also alles Spiele, wo man jetzt nicht fest mit Punkten planen kann. Aber in dieser Liga ist alles möglich. Der Trend ist weiterhin 60s-Friend, auch wenn man, oder vor allem wenn man das Totopokal-Viertelfinale ausblendet, dann stehen, wenn ich es richtig durchgerechnet habe, in den letzten zehn Spielen nur zwei Niederlagen. Also da kann man durchaus mal drauf ausbauen. Und ja, diese Liga, Flo hat es gesagt, jeder kann jeden schlagen, es ist alles drin. Wenn man ein bisschen Konstanz reinbringt in diese Ergebnisse, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir eher nach oben schauen können als nach unten. Und auch wenn die Leistung in Aachen nicht gut war, über weite Strecken lässt zumindest dieser psychologisch wichtige Treffer von Patrick Hopsch auf gute nächste Wochen hoffen. Weil wenn du das Spiel verlierst, dann wird es natürlich wieder ungemütlich. So hast du ein bisschen Ruhe bis nächstes Wochenende gegen einen unangenehmen Gegner aus Rostock. Also wir bleiben offen für alles, müssen wir sowieso bleiben, denn in dieser Liga kann es so schnell gehen. Wir hoffen auf den Blick nach oben in den nächsten Wochen, schließen aber den Blick nach unten nicht aus. Diese Löwenmannschaft ist schwierig einzuschätzen, wir bleiben dabei. Und ja, wir freuen uns auf Samstag, wir freuen uns auf die nächsten Wochen, bis dann hoffentlich irgendwann Weihnachten ist. Wir freuen uns darauf, dass wir vielleicht, wir versprechen nichts nächste Woche, wieder einmal zu dritt oder zumindest zu zweit am Stammtisch sitzen. Es ist momentan, seht es uns bitte nach, alles ein bisschen komplizierter, was den Terminplan angeht. Aber ja, ich glaube, viele von euch kennen das kurz vor Weihnachten. Die besinnliche Zeit ist die stressigste des Jahres. In diesem Sinne, bleibt sportlich, bleibt den Löwen gewogen und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Macht es gut, bis zum nächsten Mal beim Wisseneweil Bergfest. Ciao. Hallo доп顧e mit einemsel Curtin vient für den bombardern ên Dann sind bis zum nächsten Mal Mad poly